So, jetzt ist es soweit. Jetzt darf ich endlich die kleinen kompakten Plug-in-Hybride von Mercedes fahren, die ich mir auf der IAA angeschaut habe. Und ich fahre heute den A250e. Und das Schöne bei diesen Autos ist, wir haben da, es ist ein Plug-in-Hybrid, die Kombination aus Elektromotor und Verbrenner. Und das soll besonders sparsam sein und außerdem noch richtig Spaß machen. So, jetzt bin ich in meinem A250e rein elektrisch unterwegs. Und das fühlt sich wirklich an wie ein ganz normales Elektrofahrzeug. Schön leise, schön ruhig. Und der Elektromotor hier, der liefert ganz alleine schon 75 kW maximale Leistung. Und das reicht zum Beispiel schon für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern. Wir haben eine Antriebsscheibe, eine elektrische, zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Getriebe, voll integriert im Getriebe. Die elektrische Antriebsscheibe hat 75 kW und der Verbrenner leistet 118 kW. Das gibt eine Kombinationsleistung von 160 kW und das ist, denke ich, lässt sich im Kompaktsegment wirklich sehen. So, und jetzt geht es für mich im Auto auf die Autobahn. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was der Wagen da wirklich bringt. Denn ich habe hier im Fahrzeug als Systemleistung zur Verfügung 160 kW, das heißt 218 PS und 450 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und das sollte auf der Autobahn reichen. Angegeben ist er mit 240 Spitze. Was man jetzt schön hören kann, ist, dass jetzt auch der Verbrenner angesprungen ist. Und das sorgt dafür, dass hier in meinem Auto wirklich vernünftig beschleunigt wird. Wir haben jetzt schon direkt auf Anschlag sofort die 180 erreicht. Völlig entspannt. Der geht richtig gut. Neu ist für uns auch, dass wir keinen 12 Volt Anlass haben. Der Verbrennungsmotor wird direkt aus dem E-Antrieb gestartet. Das ist eine Neuigkeit für uns und eine Neuerung für uns. Und wir können erstmalig in einem Plug-in-Hybrid DC laden. Der Verbrauch unseres Fahrzeugs ist angegeben mit nur 1,4 Liter auf 100 Kilometer. Und dazu muss man aber wissen, wenn dieser Verbrauch berechnet und ermittelt wird, dann zählt auch die Leistung, die die Batterie bietet. Und deswegen sollte man einfach realistisch von einem Verbrauch ausgehen. Ich würde sagen, so zwischen 4 bis 5,5 Litern auf 100 Kilometer. Aber ich denke, für die Leistung des Fahrzeugs ist das mehr als ordentlich. Nur mal so nebenbei erwähnt, natürlich muss ich mich hier in der A-Klasse, auch wenn sie ein Plug-in-Hybrid ist, nicht groß darüber unterhalten, wie sind die Materialien, wie ist die Verarbeitungsqualität. Das ist und bleibt Mercedes. Und was sehr schön ist, ich habe hier drin auch das MBUX-System, also das modernste Infotainment von Mercedes. Und hier in meinem Wagen habe ich sogar den Widescreen-Monitor. Und damit fühle ich mich hier sowohl wie in jedem anderen Mercedes auch. Bei den Kompakten gibt es den Plug-in-Hybrid-Antrieb jetzt nicht nur bei der A-Klasse, sondern auch bei der B-Klasse. Und dann heißt das Ganze B250E. Wem das nicht reicht, wenn mehr Platz braucht oder Allrad will, für den gibt es aber noch diesen hier. Und das ist der GLE 350DE. Und an dem hat man den Unterschied, denn der hat im Gegensatz zu den anderen einen Mild-Hybrid, der eine Kombination aus Dieselmotor und Elektromotor darstellt. Was noch wichtig ist beim Fahrzeug, ich kann hier unterschiedliche Rekuperationsstärken wählen, und zwar über die Schaltpedal hier vorne am Lenkrad, über die man normalerweise Gänge schaltet. Und damit ist es so, dass das Fahrzeug immer etwas stärker oder weniger stark rekuperiert, wenn ich den Fuß von der Bremse nehme. Und das ermöglicht es mir sogar eigentlich komplett auf das Bremspedal zu verzichten, wenn ich den stärksten Modus einschalte. Wir haben uns darauf konzentriert und hatten zwei Ziele. Wir wollten eine elektrische Reichweite erreichen von größer 70 Kilometer und wir wollten gleichzeitig dem Kunden ein maximales Ladevolumen bieten. Dadurch ist uns Package-seitig, haben wir einen Trick gemacht und haben gesagt, wir schieben die Batterie in den Tankbauraum und schieben den Tank in die Hinterachse. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir brauchen eine Abgasanlage, die nicht nach hinten durchgeführt wird, sondern im Tunnel endet. Diese Kombination hat es dann genau auf diese Werte gebracht. Um möglichst wenig Energie sinnlos zu vergeuden, bietet hier übrigens das Fahrzeug die Möglichkeit, wenn ich eine Navigationsstrecke fahre, dass der Wagen vorausberechnet, wann macht es Sinn, die E-Maschine dazu zu schalten, um den Verbrenner zu unterstützen, wann kann ich optimal rekuperieren und wann fahre ich zum Beispiel nur mit dem Verbrenner oder nur mit dem E-Motor. Und das ist eine Sache, die halt funktioniert, zum Beispiel über Satelliten-Navigationsdaten, über Radar-Informationen und über Kamera-Informationen. An Bord des Fahrzeugs gibt es ein System, das, wenn ich die Navigation nutze, meine Fahrstrecke vorausberechnet und automatisch feststellt, wann macht es eigentlich Sinn, mit der reinen elektrischen Maschine unterwegs zu sein oder nur mit dem Verbrenner oder beide zu kombinieren bzw. wo kann ich am besten rekuperieren. Und das sorgt einfach dafür, dass ich am Ende der Strecke einen schönen niedrigen Verbrauch habe. Das war sie, meine Probefahrt im neuen Mercedes A250e, dem kompakten Plug-in-Hybrid von Mercedes. Und ganz ehrlich muss ich sagen, da gibt es nichts zu meckern. Der Antriebsstrang, der liefert so viel Leistung, dass man mit dem Auto richtig Spaß haben kann. Ich kann den vollelektrisch durch die Stadt fahren und ich kann im Zweifelsfall sehr schön sparsam unterwegs sein. Und normalerweise kennen wir es so, dass elektrisch angetriebene Fahrzeuge relativ teuer sind. Der hier ist auch kein Schnäppchen, der kostet in der Basis 36.900 Euro. Aber der A250 als Benziner kostet fast auf den Euro genau das Gleiche. Und ich denke, da ist der hier die bessere Wahl. Und ich denke, da ist die physics больше, wie ich mental ist. Beispiel Girls. Und ich denke, da ist die Ich denke, da ist ein paar Myth- und Jacken-Musik. Und ich denke, da ist die dringek pinskip, da ist ein paar Sprung. Vielen Dank.